Der extra schwere Modus. Wenn wir das dreimal schaffen, kriegen wir 5.000 Gold. Oh je. Hello Motherfucker. Fuck, singt's hier auch nicht. Wenn das kein Geisterfoto ist, bringt uns zwar nix, aber egal. Sag mal, Alter. Die ist immer wieder weg. Die ist schon wieder da. Ja, deshalb würde ich jetzt mal gucken, dass wir hier... Okay. Hä, jetzt schon? Ja, ich werd gejagt. Oh ja, ich seh dich. Oh, da ist sie. Achtung! Andere Seite. Oh mein Gott, so mutig. Nice. Ich hab's gepackt. Alter, gut. Aber vielleicht solltest du mal raus, dass du mal Sanity nimmst, weil ich glaub, das hat dich ordentlich was gekostet. Oh, lass mich raten. Es gibt keine... Keine Sanity. Okay. Ey, du Ästliche. Gib mal Kuss. Ey. Ey. Sieht ecklich aus. Es stinkt aber so viel. Könnte das ne Benji sein, oder ist das zu voreilig? Wir könnten's überprüfen. Wir gehen mal raus. Ah! Ich bin tot. Wie kommt? Noch weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Nein, die schauen. Nein, sieh an dich. Komm, das war ne Benji, oder? Wir sind doch cool. Wehe, wenn nicht. War locker ne Benji. Wir sind Profis. Das war ein Benji. Hey. Geil! Hab ich nicht gedacht. Wir wissen, dass du ein Arschloch bist. Ah! Es ist der Keller. Oh. 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 Was? 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 5. Eben mehr 5. Wartetemperatur haben wir auch gleich unter 0? Ja. Unter 0. Gut, dann haben wir unsere einzigen beiden Beweise. Also wenn's der Shade ist, müsste er dich jetzt eigentlich angreifen, wenn du seinen Raum verlässt. Mach gar nichts mehr. Schüchtern in Shade. So was darf er machen? Das war ein Chin. Er hat auch geschummelt. So unfair. Genau, der hat geschimmelt. Ja. Voll gestunken auch. Alter, guck mal wie's ne Benji ist. Ist das? Hm. Gleich. Ganz, 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 ganz. Er jagt. Und ich bin ihm in die Arme gelaufen. Du bist tot? Ja. Sehr gut. Läuft der schnell? Weiß nicht, wo er ist. Han. Du. Han. Du. Han. Du. Onryo. Ne. Doch. Weißt du, das Spiel ist ja aber auch so fucking willkürlich. Gell? Die Idioten. Ah, UV. Ja. Unter 0. Orbs. Ich seh Orbs, also es mimikt nicht der Fall. Hä? Du hast gesagt, die schmeißt mit Orbs um sich. Jaja, aber Orbs ist kein Hinweis für die und wir haben schon zwei Hinweise. Wir kriegen keinen dritten mehr. Ja, aber da du welche siehst... Ist sie das? Weil es ja gar kein echter Hinweis ist. Achso, ja. Stimmt. Ich bin der Schlauste. Ich hoffe, das ist überhaupt der Modus, wo wir nicht, äh, ne? Keinen dritten Hinweis bekommen. Joach, ich glaub wir kriegen keinen dritten. Ansonsten hätten wir jetzt alle drei Hinweise gehabt, aber es müsste im Weg sein, ja? Ansonsten würde ich jetzt die Noob-Kompil... Komm zu! Nein! Wir kriegen drei Hinweise! Aber wir haben die ganze Zeit nicht drei Hinweise bekommen! Wir haben die ganze Zeit einfach aufgehört, nach Hinweise zu suchen. Ja, aber wir haben das halt mit dem einen Modus da verwechselt, ne? Das war das letzte Mal glaub ich so beim Herausforderungsmodus, aber er scheint immer zu wechseln. Kannst du mir deinen Namen verraten? Wie alt bist du? Wie alt du? Wer hat Angst vorm... Ah! Okay! Ja! Glaub ich weiss wer Angst hat. Wo bist du Flitz? Pippe! Hoch! Yes! Ja, wir haben die Temperatur. Ah! Nix wäre raus. Das ist ein Moor-Roi. Ja, war ein Moor-Roi. Top! Weil wir so effizient mittlerweile sind, nämlich Preise suchen. Wir sind auch cool wie Trockeneis, Alter. Ich hab kaum geschrien heute noch. Das war nicht geschrien heute. Weil es draußen noch bissle hell ist. Ah! Ah! Dotz! Bin hier drin, ja? 100%ig! Und Buch! Echt? Ja! Er schreibt grad da hinten ins Buch. Deogen! Mhm! 5.000 Gold und 5.000 XP! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich geb direkt mein Geld aus. Please Dale Farmhouse. Bereit! Start! Bei! Krab das! Hammer! Ich hab noch nix gesehen. Ich hab ähm... Auf der Treppe nach oben... Irgendwo gegen ne Tür. EML5! Oh! Oh Gott! EML! EML, Alter! Da ist er doch! Oh! Ja das... Och Leute! Das war's wohl mit Licht. Oh! Sind es... War das jetzt Dotz oder war das jetzt in Erscheinung? Dotz. 100%ig glaub ich Dotz. Ja wir sind unter Null. Alles gut. Ach das war ja wieder super einfach. Ja. Wenn's keine Oni ist wird's peinlich. Ach das war ja super einfach. Nice!